Hallo und Salve Atuti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist, was sagt man denn, heute Mittwoch, der 1. April. Kein Scherz, kein Scherz. Ich habe heute noch gar keinen gehört. Ich glaube, die Zeiten sind zu hart, um so April-Scherzen zu machen. Ich habe noch nicht mal harmlose gehört. Wir möchten uns gemeinsam mal das Gold anschauen. Das habe ich das letzte Mal gemacht, am 4. März. Schon eine Zeit lang her, deswegen denke ich, es ist mal wieder Zeit, dass man da mal drauf schaut. Die Aussage des letzten Clips vor 4 Wochen war, da waren wir ziemlich genau hier an diesem Tag da. Ich habe geschrieben, das entzieht sich mir völlig. Ich habe keine Idee gehabt zum Gold. Was hat es danach gemacht? Wir haben jetzt hier ein, auch für die Zukunft, gültiges Doppeltop gemacht bei 1.692,08. Das gilt also weiter, deswegen habe ich hier diesen schönen Pfeil hingemacht. Und danach ist das Gold dann abgesoffen, wie alles andere abgesoffen ist. Und Aktien, Rohstoffe, Indizes, das ist ja alles runtergekommen. Und das Gold genauso. Ganz, ganz wichtig war, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so sehr aufs Gold geschaut. Ich war viel mehr bei den Aktien drin, bei den Indizes. Schauen Sie sich mal hier, dieser Bereich, das war das Lover bei 1.451. Der kommt hier vom November letzten Jahres. Der war mal Widerstand im Juli 2019. Das ist eine ganz, ganz alte Marke. Und die war wichtig und die hat erneut gehalten. Das heißt, für die nächsten Wochen und Monate sind diese beiden Punkte, 1.451 und 1.692, sind auf jeden Fall die wichtigsten. Was auch immer zuerst gebrochen wird, da hängt sich das Gold nochmal mit 100, 200 Punkten wenigstens drauf. Und 200 Punkte mehr nach oben wäre dann schon in Richtung des Alltime Highs. Wir sind jetzt hier momentan, heute hier am 1. April, am Mittwoch um 14.13, ziemlich neutral. 10 und 20 Tage Linie, die kuscheln gerade eben miteinander. Wir sind also völlig in der Mitte der Bänder, die selbst keine Aussage haben. Sie sind relativ breit, ja, klar, nach der Bewegung. Aber haben keine Signalwirkung, nichts Frisches. Da muss ich davon ausgehen, dass die jetzt erstmal hier sich ein bisschen zusammenziehen. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass das Gold in den nächsten zwei bis vier Wochen zwischen 1.650 und hier so 1.510 ein bisschen hin und her oszillieren wird. Sagen wir es mal so. Von den Fibus her sind wir von dieser Bewegung sogar bis zum 76er gegangen. Das 76er ist für normale Händler gar nicht so interessant. Die normalen Händler, damit meine ich die, die nicht auf LJ werden gucken, weil das 76er ist wichtig für LJ, sind halt hier beim 61er, 50er und 38er. Die kleineren Fibus interessieren den normalen Händler nicht so sehr. Also von hier rein vom Chartbild ist nichts zu sehen. MACD leicht negativ. Wir haben das zweite Histogramm in Folge negativ. Wir haben ein Verkaufssignal in der Stochastik. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, wie eben schon erwähnt, dass wir hier so ein bisschen hin und her oszillieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob Corona da einen stärkeren Einfluss haben wird, aber müssen wir halt mal gucken. Also im Moment ist es für mich ziemlich neutral eben mit der genannten Schwankungsbreite. Ich habe Ihnen ein paar Scheine mitgebracht für den Fall, dass wir auch mal hier weiter runter gehen, wo man anfangen kann aufzusammeln. Und das wäre sowas hier, das von Goldman Sachs ein Open End Schein mit der Basis 1427. Der ist unter diesem Low hier von 1451. Der hat im Moment einen 10er Hebel. Der wird natürlich, wenn wir dann weiter runter kommen, vielleicht sogar an die 200-Tage-Linie, wird der noch ein bisschen an Hebel gewinnen. Die Kennnummer ist, Brille, Moment, GA7TYA. GA7TYA 1427. Schauen wir mal nach einem Put. Ein Put muss ich legen hinter dieses Doppeltop. Sowas zum Beispiel, das tut es. Eine GB9SNU. Das ist ein Open End Put, unlimitiert von Goldman Sachs mit der Basis 1717. Das wird eine Geschichte, wenn wir hier nochmal so ein bisschen höher gehen. Gucken, wie sich dann die Technik verhält. Das sind die beiden einzigen Scheine, die mir momentan einfallen. Leute, happy trading, fette Beute, bleibt gesund. Euch alles Gute. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.